So, gerade aufgestanden und dann haben wir mal wieder eine kleine Rettungsaktion mit Schmetterling im Wintergarten. Ihr seht, er ist gerade am Essen. Ein bisschen Marmelade am auftanken, damit er dann wieder rausfliegen kann. So, total schön, damit er wieder zu Kräften kommt. Man sieht, es scheint ihm zu schmecken. Es ist gar nicht so einfach zu filmen, kein Insekt hier. Ist doch so rund wie ein Hidli. Kriegt das hin? Ja. Ich weiß nicht, wie lange der schon hier ist im Wintergarten. Ich bin gerade eben aufgestanden und habe ihn hier vorgefunden. Hübsch ist er. So, ich habe den jetzt langsam hier rausgetragen auf der Hand. Ist aber noch am Schmatzen hier. Aber wir sind schon mal in der frischen Luft. Und hier sind ja jede Menge Blüten am Baum. Vielleicht will er da gleich hin. Die Hühner rufen mich auch schon. Aber erstmal muss ich jetzt den Schmetterling versorgen hier. So, wie der fliegen kann, der Schöne. Das macht guten Appetit. Richtig guten. Ich weiß ja nicht, wie lange der da gelegen hat. Bestimmt schon die ganze Nacht wohl. So. Oh, der Rüssel. So schön. Ja, wie hört man auch die anderen, die Bienen und Wespen. Alle sind hier am Baum vertreten. Ich bin jetzt einer. Ach, ist egal. Jetzt geht es hier erstmal um den Schmetterling. Den kleinen Rüssel. Kann man es gut sehen. Da kann man es sehen mit dem Rüssel. Ja, jetzt kann man es gut sehen. Die Marmelade, die schmeckt ihm gut. Die Marmelade, die schmeckt ihm gut. Das ist immer erstmal eine gute Sache. Dass man auftanken kann. Nur wie lange, ne? Das müssen wir mal abwarten, weil... Kann ja nicht ewig filmen. Na, wo ist ja... Na, hier ist auch irgendwo... Und zum zum zum. Na, egal. So. Hm. Ich mach mal auf Pause kurz. Na, er hat aufgehört zu essen. Gucken. Jetzt machst er sich sauber. Oh, schön. Schön. Wow. Herrlich. Hat er sich aufgemacht. Bin ich mal gespannt, ob er losliegt gleich. Wunderschön. Hm. Na, ist noch... Hat sich am Bedienen. Hat noch Hunger. Hm. Oh, Smitty. Ach, da sind schon meine Vögel alle wieder unterwegs. Ich höre schon wieder meinen Buntspecht rufen. Boah, hat der einen Hunger. Das gibt's auch gar nicht. Ich würde ihn ja jetzt gerne mal von meiner Hand tun. Puh. Puh. Ja. Es schmeckt ihm halt so gut. Es schmeckt ihm halt so gut. Wenn er rausfliegt. Macht so ein Auftanken. Hm. Kann auch einfach so fliegen. Ja. Sag ich doch. Okay, weg ist er. Schön. Alles wieder gut. Tschüss. Mümmt. Waters.